Als Trainer werde ich ganz oft gefragt, ist das noch Spiel oder ist es kein Spiel mehr oder wann kippt so ein Spiel? Und oft werden Situationen als Spiel interpretiert, dass schon lange keins mehr ist. Diese DVD soll helfen, durch ganz viele verschiedene Szenen, Spielsituationen richtig einzuschätzen und auch notfalls meinem Hund zu Hilfe zu kommen. Zum Schluss gibt es eine Zusammenfassung von den ganzen Spielelementen und dann, woran man erkennt, dass eine Szene jetzt von Spiel zu ernst kippt. Damit Sie im Alltag auch mitkriegen, wann es Ihrem Hund noch gut geht und wann nicht.